Kim gibt ihr erstes Autogramm Außerdem hat Kim schon genug für mich ausgegeben Peace Leute, was geht ab? Mann Was geht ab? Herzlich willkommen zu allen neuen Videos Heute Wirds richtig abgehen, ja? Wir haben hier die Superchan Und... Damn Falls ihr uns noch nicht kennt, ich bin Karamella Und hinter der Morisius Color Peace Leute, was geht Wir haben uns überlegt, dass wir heute mal wieder ein bisschen was einkaufen werden Und zwar nicht einfach irgendwas, sondern das, was man fängt, ja? Wir haben hier ganz viele verschiedene Money-Dollar-Scheine Da stehen verschiedene Sachen drauf, wir erklären euch gleich noch was genau Der eine schießt dann und der andere muss versuchen etwas zu fangen Das muss der andere dann kaufen Also, let's go! So, hier stehen zum Beispiel ganz viele crazy Dinge drauf Wie Bravo, Klopapier, Buch und Dinge, die man vielleicht eventuell nicht so haben will Dann stehen hier noch verschiedene Läden drauf, aus denen man sich dann was aussuchen darf Wenn man das zieht oder beziehungsweise fängt Geldbeträge und jetzt hat jeder von uns nochmal 5 freie Scheine, wo er sich Wünsche aufschreiben darf Was nimmst du? Airpods, weil ich die im letzten Video nicht bekommen habe Also, Maurice, deine 5 Wünsche jetzt aufschreiben Einmal Airpods, weißes Hemd, Ventilator, weil es hier übel warm drin ist Wenn die Sonne scheint, neue Chucks und eine pinke Fliege, die brauche ich zur Hauptzeit meines Bruders Und was ich auf jeden Fall haben will, ist eine Reise In Arnigen gibt es ja auf jeden Fall so ein Reisebüro Und das wäre halt der Todes-Jackpot Misch die einfach mal drunter Ich nehme noch ein Nintendo DS, die Reise Was willst du mit einem Nintendo DS? Zocken Und hier sind noch verschiedene Geldbeträge Wenn ich minus 5 ziehe, muss ich 5 Euro an Maurice geben Wenn ich plus 10 ziehe, bekomme ich 10 Euro von dir Aber das wird ganz schön teuer Hast du gut durchgemischt? Aber die kriegen ja eh überall rum Von daher Wir machen es einfach so Ich fang ein, du fängst ein und dann kaufen wir es und das einfach 5 mal Okay Let's go Bist du bereit für deinen ersten? Ja Okay, ich habe einen Was denn? Eine Zahnbürste Ja, die kannst du gut gebrauchen Okay, dann bin ich jetzt dran Das, was ich nicht gedacht habe, ist, dass wir alles wieder erst aufsammeln müssen Bist du nicht aufgeregt? Okay Ich hab einen Ich hab einen Plus 20 Euro Nein Oh Mann Yeah Das fängt gut an Fängt gut an Fangen Okay, dann lass uns jetzt mal in die Arnecken-Galerie und deine Zahnbürste kaufen, oder? Alles klar, let's go Wir sind jetzt bei der Arnecken-Galerie und ich würde sagen, wir getten jetzt erstmal ein Toothbrush Aber ich nehme auf jeden Fall die teuerste Ach ja, ihr wusstet noch gar nicht Das, was ich mir kaufe, muss Maurice bezahlen Und das, was Maurice bekommt, muss ich bezahlen Glaubt, das ist doch klar, oder? Okay, na dann Kim, gib dir erstes Autogramm Geh dir ruhig eine gute, weil deine Mundhygiene lässt zu wünschen übrig Neu Spaß, Leute Los, jetzt nimm deine Zahnbürste Ey, weißt du welche ich nehme? Ich nehme die Vibrierende Die Doppelkopf-Andaconda Nein, ich nehme die, die ist mit Vibration Die möchte ich haben Okay Okay, wirklich? Ja? Okay, chillig, alles klar, let's go Also du schuldest mir ja noch 20 Euro Eigentlich kannst du dir die ja selber kaufen Und dann krieg ich noch 15 Äh, dann kriegst du noch 15 Ja, ich wollt grad sagen 5 Euro kostet die? Ja 5 Euros? 5! Ich freu mich richtig, jetzt hier zu putzen, ehrlich gesagt Für deine erste Runde bekommst du 15 Euro, ne? Dankeschön Gerne Wollen wir weiterspielen? Ja Ja Ab nach Hause Okay, Leute, jetzt fahr' ich an You ready? Ja Ah, ich bin ganz weiterspielen Und, und, und Augenbrauenstift Juhuuu Toll Den krieg dann wohl ich Okay, du bist dran Bist du bereit für deine zweite Runde? Yeah Was bei Nanunana? Oh, yeah Das bedeutet, ich darf mir einfach irgendwas, was da ist, aussuchen Okay Ja, let's go Oh, die sehen cool aus Aber ich möchte nicht noch eine Tasse zuhause haben, bitte Bitte nicht Das ist ein Mermaid-Copy Bitte nicht Ich darf mir jetzt auf jeden Fall irgendwas einfach aussuchen, ne? Von hier Ähm, bin immer so unter Druck gesetzt, wenn ich eigentlich alles haben kann Ich hab das Beste aller Zeiten gefunden Was ist der denn? Ein Cookie-Kissen Ah ja, cool Oh, cool Mit Smarties? Nee, ohne Smarties, ne? Welcher Kick sieht lecker aus? Naja, jetzt los Okay, du kannst den mir jetzt kaufen Geil Kannst für die Farb verwenden Ey, stimmt! Oh mein Gott, dankeschön Das ist richtig geil, ich freu mich voll Okay, jetzt bekommst du dein Eyebrow Pencil Okay, wo finde ich jetzt so ein... Was kriege ich? Mascara-Stift? Hashtag Mascara-Maurice Nein, du kriegst einen Augenbrauen-Stift Ja Also du musst ihn suchen Ist das hier ein Augenbrauen-Stift? Nein, ich glaube eher weniger Oder? Doch, das ist wirklich ein Augenbrauen-Stift Und ist das der, den du benutzt? Nein Zeig mir mal, welchen du benutzt Okay Also ich benutze immer den da Den mittleren Aber der ist ohne Bürste Ja, normal Meine sind immer Laxu Muss man nicht bürsten Okay Okay So zufrieden? Ja, super, ich habe einen tollen Mascara-Stift Das ist ein Augenbrauen Achso Ich schenke ihn dir Echt? Oh, danke man! Okay, dann auf zur nächsten Runde, oder? Let's go! Jetzt bin ich bereit für etwas Cooles Nein! Was denn? Minus 10 Euro Ja, aber das sind 30 Euro schon im Film Was ist das für ein blödes Kack? Hey Mann, oh! Also mir macht Spaß Ich bin dran Okay, Leute, nächste Runde für mich Okay, let's go Oh, das steckt fest Ich hatte sogar zwei Ey, ich habe die Airpods Du laberst scheiße Nein, ich habe die Airpods Alter, wie kann man doch mit dir kaufen? Ey, 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 das gefühlt dir so recht, weil ich es im letzten Video nicht freue Oh, die haben, oh man Ey, ey, das ist einfach das Beste, was ich haben konnte Unnormal, ich freue mich unnormal Du Asi Wie fühlst du dich? Also ich würde sagen, wir gehen erstmal zu Saturn, oder? Kannst mir auch noch 10 Euro geben Aber Leute, Kim benutzt immer, 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 immer meine Airpods Und die sind immer voll mit Ohrenschmalz Hä? Nein? Vielleicht doch Aber ich will mir die ganze Zeit immer keine neuen kaufen Weil ich ja denke, eigentlich habe ich schon welche Aber Kim benutzt die halt immer Und immer, wenn ich rausgehen möchte, oder keine Ahnung, mal Musik hören will Dann benutzt sie die halt, und deswegen freue ich mich jetzt grad übel Also, ab zu Saturn Wir sind weg in der Arnigen Galerie Und Maurice kriegt natürlich für seine, für meine Runde erstmal 10 Euro Dankeschön Ey, du sahen es so ab, ne? Und jetzt kommt das Beste Freust du dich? Am Arsch, freue ich mich, Alter Ey, ey, du benutzt immer meine Ich gern nicht mehr, okay Ja, gönn mal, ehrlich Hashtag, gönnt nicht Hashtag, I'm not rich Hashtag, äh, uh Hashtag Oh, schon richtig Spannung in mir, du gehst richtig schnell Gibt's die bei Kopfhörern oder bei den Apple-Produkten? Ich glaub, bei den Apple-Produkten Ich glaub auch Das ist einfach die schönste Abteilung Okay, das sind die Alten Vielleicht sind die eingesperrt Oh, nee Nicht, dass es die jetzt nicht gibt Oh, das sind ja die Alten Oh, nein Ich muss mal fragen Ich hab die Leute, die sind eingesperrt Oh, siehste Okay, ey, das sind sogar die Letzten, ne? Du hast richtig Glück gehabt Freust du dich? Ich freu mich unnormal Also, noch hast du sie nicht, ne? Ey, ich hab saubere Dinger, die ich in mein Ohr stecken kann Ich freu mich so Alter Maurice, so die kosten 150, die haben einfach 179 Euro gekostet Ich hab mir die 9 gegeben Ja Es gibt noch welche mit, äh, zum Charging Die kosten lieber 200 Ich charge dich auch mit Danke, mein Schatz, ich schwöre, danke schon Okay, das ist das beste Video, finde ich Oh, ja, finde ich auch Das allerbeste Video Hoffentlich bekomme ich gleich mal was Gutes, wenn ich fange Ja Du strahlst immer noch richtig mit deinen kackten Airpods Also, ich bin mit allem zufrieden Ich hoffe sogar, dass ich jetzt so minus 30 Euro habe Okay Oh, wie süß Okay Tch, 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 tch Ah, ah Aber wie schnell fängst du das immer? Und was? Was ist das? Hallo? Ein Pullover. Für mich. Auch ganz nice. Auch ganz nice. Du bist dran. Ich möchte jetzt echt gerne eine Reise haben. Das wäre hypergeil. Ich werde dir die Reise sogar gerne. Also, Alter. Okay, dann let's go. Bist du bereit? Ja, los. Ich habe eine Reise. Und? Also, eigentlich schon ganz gut, aber es ist nicht die Reise. Das Kleid. Oh, ist das top? Ist gut. Nicht so gut wie Reise, aber... Okay, ich freue mich. Ja, lass ein Kleid kaufen. Okay. Kim sucht sich gerade ein Kleid aus. Reißt du dich ein bisschen? Aber das Ding ist, Leute, das Kleid ist nicht einfach nur so. Ich brauche das für die Hochzeit jetzt am Wochenende. So, okay. Hallo. Okay, ich dachte, du wirfst dich damit ab. Ja, okay. Voll schön, danke. Ihr werdet das Kleid auf jeden Fall angezogen auf der Hochzeit sehen. Die finden wir auf jeden Fall auch. Deswegen. Eigentlich schuldet mir Kim noch ein Pullover. Aber ich habe leider keinen gefunden. Und ich wollte jetzt nicht auf Zwang irgendeinen holen. Außerdem hat Kim schon genug für mich ausgegeben. Deswegen schenke ich ihr das. Also, danke auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt nach Hause und spielen die letzte Runde. Mal sehen, was da noch so passiert. Back at it again, Leute. Die letzte Runde beginnt. Und ich, äh... Na los? Yes. Los? Yes! Los! Ja! Was denn? Was denn? Los, 50 Euro! Oh, okay. Ich gönne es dir echt Zeit mal. Man sieht es nicht so gut. Fokus, fokus, fokus! Okay, Mori, bist du bereit für deine letzte Runde? Ja. Let's go! Ach so, okay, alles klar. Also, go! Ich habe eins. Ich habe eins. Ich habe eins. Ach so, ja, okay. Was ist es denn? Nichts. Toll. Aber egal. Du hast auf jeden Fall genug, oder? Ich bin auch zufrieden, ja. Ja, okay. Ja gut, dann gehen wir mir mal nichts kaufen. Da in der letzten Runde ja nur noch ich was gewonnen habe. Und das sind die 50 Euro von Moris. Wissen wir gar nicht mehr los. Und ich bekomme nur noch die 50 Euro. Das klappt ja toll. Yeah. Alles klar, Leute. Jetzt haben wir eigentlich alles, was wir so gefangen haben, gekauft. Was sind meine? Ein Kekskissen. Wie geil ist das? Das ist ja... Freulich ein Keks. Hier dein Augenbrauenstift. Na, aber den behalte ich, ja? Ja. Dankeschön. Dann habe ich noch eine Zahnbürste und noch ein Kleid. Also, schon echt. Also, voll geil. Dankeschön auf jeden Fall. Danke an dir auch. Falls euch das Video gefallen hat, Leute, dann abonniert auf jeden Fall diesen Channel. Denn wir machen immer coole Things, Leute. Seid dabei. Teilt das Video auf jeden Fall. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace. Haut rein. Film dein Kommentar, sag mal. So schwierig ist das doch nicht. Schöne Grüße geht natürlich noch raus an gfrcv-scoof-king-cv. Warum suche ich mir immer solche Namen aus? Bin zwar ein Junge, aber feiere deine Videos trotzdem. Das finde ich auf jeden Fall richtig cool. Also, schöne Grüße auf jeden Fall an dich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Kim, Caramela, und hinter der Kamera ist noch nichts. Peace, peace. Peace, peace.